Musik 1922 wurde für die Gruppenverwaltung Bayern der Deutschen Reichsbahngesellschaft eine neue Elektro-Lokomotive für den angestrengten Personenzugdienst auf elektrifizierten Strecken als EP5 in das Beschaffungsprogramm aufgenommen. Das Triebwerk der insgesamt 35 Lokomotiven wurde in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils zwei Motoren zugeordnet bekamen. Weitere besonders auffällige Merkmale der Fahrzeuge sind der durchgehend lange Rahmen und der markante Kastenaufbau mit abgeschrägten Ecken. 29 Maschinen kamen nach dem Zweiten Weltkrieg noch zur Deutschen Bundesbahn. Die letzte Lok der Baureihe schied 1973 aus dem aktiven Dienst aus. Das H0-Modell der Baureihe 152 der Deutschen Bundesbahn, der legendäre Heuwender, kommt als Pico-Expert-Modell in den Fachhandel. Das Vorbild dieser Lok mit der Ordnungsnummer 152-010-5 war in der BD Mainz BW Kaiserslautern mit Revisionsdatum vom 27.08.1965 beheimatet. Hersteller dieser Lok war Kraus Maffei München und gibt den Betriebszustand ab 1965 wieder. Die Elektro-Lok Baureihe 152 der Deutschen Bundesbahn ist eine Neukonstruktion und kommt als Epoche 4 Modell in den Fachhandel. Sie wird in DC-Ausführung bzw. AC-Ausführung angeboten. Die AC-Ausführung wird ab Werk mit einem PLAX 22 Decoder ausgeliefert. Die Dachausrüstung ist perfekt nachgebildet. Besonders bestechen die Stromabnehmer vom Typ SBS 10, die Dachisolatoren und Stromleitungen in vorbildlicher Materialstärke sowie die feine Nachbildung der Laufstege. Die E-Lok überzeugt durch eine gelungene Detaillierung, makellose, scharfe Bedruckung sowie saubere Lackierung. Die Baureihe 152 verfügt über korrekte, extra angesetzte Scheibenwischer, feine Frontsteckdosen sowie eine detaillierte Maschinenraumnachbildung mit stimmigen Fensterpositionen und Größen. Echte Blickfänge stellen die feinen Treibstangen, der grazile Schmierpumpenantrieb und die filigranen Speichen der Räder dar. Die Pico BR 152 der Deutschen Bundesbahn hat einen Zinkdruckgussrahmen. Das verleiht dem Modell eine gute Haftung und exzellente Fahreigenschaften. Angetrieben wird die Lok durch einen kräftigen Motor mit zwei Schwungmassen, die auch für ein vorbildgerechtes Ausrollen sorgen. Zur Erhöhung der Zugkraft hat das Modell vier Haftreifen spendiert bekommen. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Das Modell ist mit einer Plax 22 Schnittstelle ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden Decoder abrufbar. Das Modell ist für die Aufnahme eines Sound-Decoders mit größtmöglichem Lautsprecher vorbereitet und kann problemlos nachgerüstet werden. Die Baureihe 152 der Deutschen Bundesbahn besitzt eine LED-Beleuchtung mit sehr guter Leuchtkraft. Der Wechsel von Dreispitzsignal und Schlussbeleuchtung erfolgt fahrtrichtungsabhängig. Die Kabinenbeleuchtung sowie die Maschinenraumbeleuchtung ist ebenfalls digital schaltbar. Das attraktive Modell der Baureihe 152 mit seinem hohen Detaillierungsgrad und vielen digitalen Features unterstreicht die hohe Standardqualität bei den Pico Neukonstruktionen und verspricht lang anhaltenden großen Spielspaß mit der durchdachten Konstruktion des Modell Heuwenders. Durch die filigrane und betriebstaugliche Ausführung spricht die Lokpraxis bezogene Modellbahner und vorbildorientierte Sammler gleichermaßen an. Die Kabinenbeleuchtung ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020 Die edle Ausführung des Modells der Expert-Reihe erhält auch mit Auslieferung eine neue, hochwertige Verpackung, was man auch fühlen kann. Besonders pfiffiges Detail, die Bedienungsanleitung kann separat der Verpackung entnommen werden. Untertitelung des ZDF, 2020